Bei drei geht's los für unsere Geburtstagskinder. Eins, zwei, drei. Zum Geburtstag viel Glück! Zum Geburtstag viel Glück! Zum Geburtstag viel Glück! Zum Geburtstag viel Glück! Das war schön! Applaus für euch! Für euch soll es rote Rosen bringen. Euch sollten sämtliche Wunder gegeben werden. Die Welt sollte sich oben erstalten und ihre Sorgen für sich verhalten. Sehr, sehr schön! Und ich hoffe, die Geburtstagskinder, die haben jetzt so ein Tränchen im Auge und sind ganz, ganz berührt. Weil hier so schön hier sind. Und ich hoffe, das ist ein Tränchen im Auge. Und ich hoffe, das ist ein Tränchen im Auge.